Bei dem schönen Wetter kann ich mein Sexy-Stall-Outfit auspacken. Diese Idee verhagelt der Konkurrenz die Laune bei. Bauer sucht Frau International, in Österreich allerdings gewaltig. Nicoles Freude nach dem gelungenen Einzeldate mit Bauer Gerfried, 51, währt nämlich leider nur kurz. Denn als die 49-Jährige ihre Konkurrentin Angelika, 31, bei der Rückkehr auf den Hof erblickt, ist die Stimmung bei ihr sofort wieder auf dem Gefrierpunkt. Warum? Weil die Mitstreiterin sich in Hotpants geschmissen hat, um Bauer Gerfried zu beeindrucken. Und das mit vollem Erfolg, wie im Video deutlich wird. Da wird Bauer Gerfried ganz wuschig. Die Stimmung zwischen Bauer Gerfrieds Auserwählten ist wahrlich nicht die beste. Die Österreicherin Angelika und die Leitzigerin Nicole haben sich im Kampf um das Herz des Pferdewirts bereits zum Start der Hofwoche einen regelrechten Zickenterror geliefert. Angelika in heißen Hotpants, Bauer Gerfried ist angetan, Konkurrentin Nicole abgetürnt. Und jetzt geht es in der idyllischen Steiermark erneut heiß her, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Angelikas sexy Outfit sorgt bei Nicole nämlich sichtlich für Unmut. Da ist immer ein Hintergedanke dabei, um ihn um den Finger zu wickeln. Volltreffer Die 49-Jährige muss mit ansehen und hören, dass der Plan der Konkurrenz voll aufgeht. Die Rückkehr von ihrem romantischen Date im Wald hatte sich Nicole etwas anders vorgestellt. Bauer Gerfried wird beim Anblick von Angelika in knappen Jeans-Shorts ganz warm ums Herz. Wow! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie ist sexy, sexy. Das gefällt mir. Uiuiui. Ich glaube, das wird jetzt heiß. Da kann man also sagen, Ziel erreicht, Angelika. Denn natürlich hat die 31-Jährige ihr Outfit nicht rein zufällig gewählt, wie sie offen zugibt. Man kann mit einem sexy Outfit trotzdem die Arbeit perfekt und gut machen. Und eigentlich haut man da zwei Fliegen mit einer Klatsche, weil man macht damit dem Mann eine Freude. Ja, das kann man genauso sagen. Zwar ist auch Pferdewirt Gerfried klar, dass Angelikas Auftritt in kurzer Klamotte Absicht ist. Das verhindert aber nicht, dass er beim Striegeln schwer nervös wird, wie oben im Video deutlich wird. Dich? 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 Vielen Dank.